White Power! White Power! White Power! Mike Power, ihr Hühnerficker! Miami Police Department! Die Neger sind da! Runter mit dem Säckchen! Alpha Leader, ihr könnt anrücken! Bad Boys, Bad Boys! What you're gonna do? What you're gonna do when we come for you? Shhh! 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 Nee, hey! Den Text solltest du langsam drauf haben! Wir singen doch immer nur den Refrain! Alpha Leader, jetzt leg mal an zu! Funkspruch wiederholen! Alpha Leader an Bravo 4, haltet uns auf dem Laufenden! Bleibt die Verstärkung! Alpha Leader, beeilt euch, rückt an! Ich bekomm nur ein Rauschen rein! Nur ein Rauschen, die Geräte sind für'n Arsch! Was'n so komisch? Was'n so komisch? Mike, wann rücken die endlich an? Ab dich, Nigga! Wuhu! Na, da haben wir wohl jetzt'n kleines Problemchen! Du drück's nicht ab, Nigga! Auch wenn du meinen Partner mit ner Knabe kitzelst, werde ich trotzdem deinen Hirnschmorder über den Sumpf hier verteilen! Das befürchte ich leider auch! Du kannst ja nicht wissen, dass mein Partner geschult ist, bei so'nem Einsatz draufzugehen! Scheiße, nix da! Für so Brandstiften in Abschaum schlüpfst du doch gern, nicht, Markus? Scheiße, Mann, du musst nicht verwechseln! Geht ganz schön in die Düse, Nigga! Schmeiß die Waffe weg und sag mir, wer den Stoff einschleust, dann gibt's vielleicht nur ne Kugel in die Schulter! Oder B, du machst hier weiterhin einen auf Terminator, dann baller ich dir eine in die Brust! Oder C, wir reden doch mal in aller Ruhe darüber, naja, um die Situation zu hier eskalieren! So ist das, mein Partner driftet immer mehr auf die Gefühlsschiene ab, aber ich knall so Sackfressen wie euch lieber gleich übern Haufen! Da geht's ziemlich hektisch zu! Unsere Ermittler sind nicht zu erkennen, da läuft was schief! Wir warten noch ab! Mike, der Typ drückt mir ne Knarre an die Schläfer! Denn er lässt sie fallen, wenn zwischen seinen Augen ein drittes Nasenloch fallen! Seid's Maul, Schokonegger! Oh Mann, war das jetzt wirklich nötig, Sir? Siehste? Sag zu ihm, Bulle, das schmerzt genug, aber nicht auch noch Schokonegger! So, jetzt machen wir immer Schluss! Mike, beruhige dich nicht doch! Noch mehr beruhigen geht ja gar nicht mehr! Ich bin ganz gut! Hey! Wow! Wow! Hey, für so ne Scheiße bin ich viel zu nervenschwach! Hör sofort auf hier rum zu handeln! Jeder bleibt da, wo er ist! Keine Bewegung! Wir können nicht alle laufen lassen, aber ehrlich, vor Gericht wird sich alles klären! Wir haben unsere Rechte! Warum nimmst du nicht schon mal dein Recht wahr, deinen Maul zu halten? Okay, lasst mich eine Warnung aussprechen! Ja, im Ernst! Mehr kann ich wirklich nicht für euch tun! Okay? Er ist Ehre! In drei Sekunden liegt die Waffe auf dem Boden! Er hat Probleme, seine Aggression zu kanalisieren! Eins! Er geht extra früh schlafen wegen so ner Scheiße hier! Damit er topfit ist, wenn er jemanden abknallt! Zwei! Nein Mike! Nein! Nein! Zwei! Zwei!